Hallo und herzlich willkommen, herzlich willkommen auf meinem Kanal, bei mir gibt es auch mal wieder Videos, heute mit einem oder mit zwei Treadups, ich habe mich dazu geschlossen, hier ebenfalls mal einen StatTrak Treadup zu machen, das Update ist ja jetzt schon eine Weile raus, aber ich mache das so, das ist jetzt, ja, hat euch früher noch nicht gepasst, richtig gut, dann vor allem wir haben wir angefangen mit dem ganz normalen an, auch wenn wir das mal verwenden, machen wir das mal direkt. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, das ist nice, das ist okay, gut, jetzt wird es spannend. So, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, dass Game uns eventuell immer ein bisschen mehr Glück bringt, mit einem höheren Rang, ich meine, ne, ich bin ja jetzt schon viel valide Maße, mit gefühlten 10 Wochen Bannen durchklinkeln. Schauen wir mal, ob wir sagen wir mal, gibt es schon irgendwo eine assurance, ne, das sind wir durchklin- und in Laune und 3 Eoux戲- Leiter k puppies und ein dodi登. Auch so etwas, was war der без löser Dienst? Moment. Nein, haben wir nicht. Scheiße. Aber ein Minimalverlust. Ach, das ist zu verkraften, das ist zu verkraften. Schon eine schicke Waffe, ne? Naja, egal. Ja, gucken wir nochmal einmal, wieviel die Full-Play-Pad ist. Ob wir damit Gewinn gemacht haben, bin ich mir auch nicht ganz so sicher. So, lad mal schneller hier. Komm. Ne, haben wir nicht, okay. Na ja, gut, macht man jetzt. Was macht man denn da? Also ich würde sagen, wir öffnen auf die drei Kissen hier, komm. Ach, einmal hier. Money Wasten. Was soll? Ja, jetzt packt das hier rum, komm. Ich glaube, wir haben hier einen Tag 9. Und wir sparen die drei Kissen hier nicht. Ja, die zwei sind. Wie eine Tag 9. Nein, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das Lack kriegt die Kissen hier. Das haben wir gar nichts. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Nein, wir kriegen lieber die Uhr. Na ja, macht man jetzt. Dann würde ich sagen, war das auch für dieses Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann verabschiede ich mich jetzt hier mit. Und ich bin schon wieder an.